Herzlich willkommen hier im Autohaus Yenoku. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein frohes Fest. Auch bei uns hat sich dieses Jahr etwas geändert, weshalb ich Ihnen diesen neuen Ford Galaxy vorstellen kann 2019 im Braujahr mit LED Scheinwerfern. Ein Pack Hilfe vorne und wir gehen einmal weiter. Einmal All-Season-Allwetterreifen. Dann gucken wir einmal in den Innenraum, wo wir das Automatikgetriebe und die Volllederausstattung sehen. Wir gehen einmal weiter nach hinten zum Kofferraum, wodurch die elektrische Heckklappe das Einladen sehr erleichtert wird. Und hier sehen Sie auch die sieben Sitze, die Sie bequem per Knopfdruck alle umklappen können, damit Sie eine große Ladefläche haben. Im Innenraum finden wir einmal das Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen und einmal dem Tempomaten sowie die Freisprecheinrichtung. In der Mittelkonsole ist einmal das Navi verbaut, das Radio und einmal die Klimaautomatik, vier Zonen sowie das Automatikgetriebe. Zudem kann das Fahrzeug selbstständig einparken und hat einmal, um die kleinen Kinder hinten zu beobachten, noch einen zusätzlichen Rückspiegel und natürlich auch ein Panoramadach. Um das Einparken zu erleichtern, besitzt dieses Fahrzeug auch im Rückwärtsgang über eine Rückwärtskamera mit einer Hilfelinie, die sie beim Einparken unterstützt. So, ich hoffe ich konnte Ihnen das Fahrzeug näher bringen. Falls Sie noch Fragen zu dem Fahrzeug, einer Finanzierung oder Probefahrten von anderen Autos bei uns auf dem Hof haben, können Sie mich gerne erreichen. Mein Name ist Sven Ludwig, ich habe die Durchfall 22.